Ich möchte meinen Freund mit einem romantischen Bart überraschen. Dafür musste er erst mal rausgehen. Ich habe mir extra so Badewanne-Tattoos geholt in Form von Rosen und Herzluftballons. Hier war irgendwie so ganz viele Rosen auf einen Haufen. Dann habe ich die restlichen Badewanne-Tattoos draufgeklebt und sah eigentlich schön aus. Habe das Wasser einlaufen lassen und Badekristalle in Rose reingemacht. Und ja, dann habe ich hier noch so ein rosanes Badekissen für mich und ihm habe ich hier so ein blaues, aufblasbares Kissen geholt in Form einer Muschel. Und er setzt sich dann auf die andere Seite. Dann gab es noch ein rosanes Badezöpfchen für mich und ein grünes für ihn. Dann hier noch zwei Badeschwämme in grün und lila. Dann noch eine Badekugel, eine Kerze. Dann hier noch zwei Tuchmasken in Gold. Dann wollte ich Ihnen unbedingt eine Mickey Mouse Handmaske mal machen. Und noch Salz für unsere Haut. Dann zwei Badehandtücher. Und fertig war das Überraschungsbad.